Hallihallo Löhle! Zurück zu Guild Wars 2. Weiter geht's. Wir sind ja schon ziemlich weit hier mit der Provinz. Ne, doch, Provinz Metrica, genau. Asura. Ne, da haben wir an den Anfang gemacht. So war das genau. Hier unten haben wir vorhin die... ...sechs Herzen. Ja, sechs Herzen sind hier unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ist auch noch einer. Sieben. Acht. Ja, sie sind ziemlich nah beieinander. Genau, sind ja schon weiter. Ja. Ich will mal jetzt zu dem Herz hier. Ähm, besiegt Schleim und zerstört Schleimwälder und hilft den Demonstranten. Dann machen wir das dann mal. Äh, kann ich schon oder kann ich nicht? Ne, kann ich ja nicht. Äh, was? 21. Ah, okay. Okay, 21. Äh, haben wir auch fast zusammen. Ne, gut, gut, gut. Geh mal hier lang. Hi, Wurm. Der Mann mit dem Hammer ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Äh, Mentoren, ne, oder? Commander. Oh, Entschuldigung, Commander. Ja. So, Schleime, Schleimbehälter. Und tschüss. Soll das ja mal? Ah ja. Sehr schön. Ach, Wildnis entdeckt. Was ist los? Bleib da. Giftschleim, du. Mann. Ja, ja, ist doch gut. Veteranen, Riesenschleim, Armauplatt. Veteranen ist ja nicht das Problem. Nicht wirklich. Die kann man ja jetzt gut alleine machen. Guck, da oben ist er. Kann man ihn hoch? Wo komm ich da hin? Bei meinem Leben? Ja, ja, ist gut jetzt. Oh, kein Problem. Einmal Probleme. Weg ist er. Ja, ja. Und Level Up. Level Up, Level Up, Level Up, Level Up. Hilfspfittigkeit 3 freigeschaltet. Ist ja, haben wir die Handschuhe? Äh, Handschuhe. Oh ja, oh ja, oh, schön, schön, schön. Äh, nee, war das alles? Nee, lassen wir. Äh, Moment. Eigentlich ist da das andere Siegel, hab ich ja. Ja. Ja, beiners nur beim Krieger. Ja. Was war das denn? Oh. Hm, da war 5 Sekunden. Cool, da. Ich bin nicht dabei. 60 Sekunden. Da oben. Ne, das hier erstmal. Da brauch ich mich noch nicht drum kümmern. Erweckte Truppen. Äh, ganz ruhig bleiben. Mein Gott. Du blöder Schleim. Du blöder Schleim. Du blöder Schleim. Du blöder Schleim. Ein Veteran. Erweckte Truppen. Oh, nicht da unten. Mein Gott. Er ist mir vorbei hier. Mal blöder Würmer. Weggeworfen. Weggeworfene Kluft. Aha. Gehasse. Böder Wurm. Alle weg? Ja, oben ist noch. Das war's wohl erstmal. Glühfelschutz. Ah, Schild, ne? Schild. Ja, ja, ja. So, ein bisschen Schild. Ah, dann geht er da hin. Heilen. Wie ein Veteran. Ich hab aber auch ein Glück. Was weiß nicht viel. Was da kam. Und nix. Komm, steh auf. Ja, der Hammer ist nicht. Wir sind nicht so richtig gut. Immer wieder als Schwert. Das glaub ich besser. Ja, ich bin Mistisch. Ja, ich bin Mistisch. Und nix. Ach, du Kacke. Okay. Ah, noch zwei Spiele, gut. Betrüger-Maske, Palava-Pypa, was ist denn das wieder? Nix für mich, okay. Ah, okay. Erstarrte Fäulnis, will gar nicht. Was ist für Mittel? Und Schwert! Großschwert, Stufe 80! Mein Gott! Achtzig, ne? Naja, aber Fackel, eben der Fackel. Ist auch noch was? Wohl nicht. Ach so, wieder verletbar. Ja. Ne, behalte ich ja. Wohl, ich hab' ich Kalkum-Erz. Fünf Stück, hab ich sechs. Äh, so, muss noch hier was machen. Das war beim Großschwert. Bin ich irgendwie cooler. Der Hammer ist ein bisschen langsam. Ja, ist stark, ja, aber auch ein bisschen langsam. Genau. Oh, immer wenn ich aufnehme. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Lacken gewartet Ach, schon fällig das jetzt, ok Was war das nochmal? Öh, ok Probieren wir mal aus Samenstrahlen Schutztürm Was ist das alles? Regeneration? Sehr schön Ja, nehmen wir auch Äh, wir gehen ganz auf dem Konzept hier Nach Zeit, ah, da unten Ja, genau, genau Gehen wir da hin Ja, das, das Feld hier Sind Kartoffeln, genau Bis oben, oberhalb Da Da kommt man über Vorher war irgendwo eine Treppe Äh, genau da, da hoch Wenn ich hier rüberspringen Kommt man da zum Kartoffelfeld Wenn jemand das einsammeln möchte Ich glaube, voll Ich kann nichts einsammeln Kartoffelnmäßig, Karotten, alles Zwiebeln, Blaubeeren Alles schon längst voll Also auf Maximum Mehr geht nicht 250 ist ja Stackgröße Stapelgröße Jetzt Rang 2 habe ich auch schon so gut wie alles voll Nur bei Rang 3 bin ich noch ein paar Sachen Für ein Portalstück schlackbüß Einzige Beziehung Die Skritz, die Parma stören Äh, Parna stören Skritz, Skritz Skritz, Skritz, das enthüpfen Ich glaube, der Busch habe ich auch voll Ähm Reichen die auch? Jo, machen wir die jetzt mal Ein Aubei, Oubei, ich habe ein Ei Mach mal mal was hier nochmal auf Da, Samenturm Ach, das ist die Pflanze Ach, das ist die Pflanze Ah, das macht das Ja, mach mal Ja, prühe mal Ey So Weiter, weiter, weiter Dann das nächste Junge bitte Los, brav Fast die Hälfte Ah, das ist ein Veteran Hier, komm, mach mal die Oplette Veteran 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 Ach Der schreit nach seinem Haaren Macht Blutung Aber Ach, ist ja langsam Ist ja blöd, ey Nö, kann man, kann man sich sparen Das kann man sich sparen Ach, nee, war wieder hier Ne, soll wiederverwerten Kriegsroll, naja Ne, den kann man behalten Also braucht man nicht unbedingt Samen Turm, ne Tümer sind bei Bei der Ingenieuren Sehr gut Aufgehoben Zick, zick, sillies Ah, Panorama ist ja noch Panorama Äh Panorama 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 Ich weiß natürlich nicht, äh, genau aus dem Kopf Für jeder einzelne Panorama, wo man lang gehen muss Aber ich glaube Man muss ja durch die Höhle Ah, hier ist auch der Skritt Guck an an Hi, Skritt Weil ich hab' ich gesucht Ja, und wo auch Cooles Autogramm Hier ist es Da Bäm Ich mein, ich muss hier durch Nicht die Höhle Ach maa Wazir sollt er springen Drei Nicht zwei Panorama will ich noch holen Das mach' man doch fällig Was mach' man noch Ich kann kommen, was will Hm So, sind wir auch schon gleich da, beim Panorama Da kommt es gleich Da ist es Da ist es Ich dachte nur ein bisschen Riecher gehabt, dass man durch die Höhle muss Und bitteschön, wieder ein Rundflug Ein Lura-Portal Wasserfallern Wasserfallern nicht schön gemacht Auch mit der Gischt des Wassers So, haben wir auch So, haben wir auch Äh, sorry Hier rein Überall Überall würde ich sagen, ne Mach' ich dann jetzt hier eine Pause Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Guild Wars 2 Sehen wir uns dann wieder Bis dahin Tschö mit Ö 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 Tschö mit Ö